Grüß euch, Leil! Liebe Turniersieger aus Borgehen! Zuerst einmal herzliche Gratulation zum Sieg Bayern Turnier und ganz besondere Glückwünsche dazu auch aus Österreich. Die Scheißbizzeciane ist tot anno im Juni in Rathwein, Straßengel, Nordde Graz in Austria, der Sozialsoccer Cup hier organisat. Die Social Soccer Cup ist ein Torneum der Kalk internazionale für die Jungen und für die soziale Organisationen in Europa, wo jederzeit bis 16 Personen hier participar. Die Kalken, der letzten Jahrzehnt, der Kalk ist der Kalk und der Gratwunsch, der Kalk in Rathwein und Kampen. Die Kalken, der Kalken, der Kalken, der Kalken, der Brasilien, der Amerika, der Niemang und der Chile. Aus dem Sennjahrsordnig Uspiro-Final-Rapid-Onig-Pobielu. Lissu Al-Hatsi an Takuna Biljaka Fiala Aymal Al-Tiyara. Gerade auch deswegen möchten wir euch, Juniersieger, hier mit Eiland, Eiland Belgien beim Social Soccer Cup 2019 zu vertreten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr im Juni 2019 in Österreich vorbeischaut. Und wir uns informieren über Social Soccer Cup auf www.socialsoccerc.at Dankeschön! Bis zum nächsten Mal!